Hallo, meine liebe Fußballfreude und herzlich willkommen zurück zu The Normal Lost Phone. Wir lesen weiter Nachrichten und zwar mit Pibi Schule geht's weiter. Welche Gruppe hast du für das Projekt in der Schule? Ich bin mit Immat, Suyin und Nina. Du? Klingt gut. Ich bin mit Huli, Simon und Dario. Wisst ihr schon, was sie macht? Wir wissen das noch nicht genau, aber irgendwas mit Ökologie und Umwelt. Wir auch. Irgendwas über das massenhafte Ausstellen von Tierarten. Klingt gut, ich wollte erst was über das Verschwinden von Bienen machen. Aber dann hatte Simon eine super Idee, wie Massentierhaltung zur globalen Erwärmung beiträgt. Das ist eine Riesensache, über die kaum einer spricht. Echt? Ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz. Oh nein, jetzt muss... Also erstmal braucht man Unmengen an Wassern, Energie, um Fleisch und Milchprodukte herzustellen. Außerdem produzieren die Tiere eine Menge Treibhausgase. Und der Mais, mit dem sie gefüttert werden, verschlingt zusätzlich Wasser. Es werden haufenweise Chemikalien auf den Feldern eingesetzt. Und weil die Felder so viel Platz brauchen, werden dafür ganze Wälder gerodet. Oh wow, das wusste ich nicht. Ich habe direkt angefangen, weniger Fleisch und Fisch zu essen. Super, ich glaube euer Projekt wird richtig gut. Du hast Glück, dass du mit Simon in einer Gruppe wusst. Danke, euch auch viel Glück. Alles Gute zum Geburtstag. Jetzt müssen wir viele Nachrichten lesen. Theo. Meine Mutter sagt, wir kommen am Samstag zu euch. Schauen wir das Rennen? Sie sagt, wir können Pizza bestellen. Welches Rennen? Willst du mich verarschen? Die Weltmeisterschaft? Ah, okay, ich bin nicht so der große Fan. Schon mal Nachrichten gemacht? Du spielst zu viel Hafe und hängst mit Mädels ab. Haha. Komm schon, rührende Motoren und ölverspielte Gesichter. Das wird geil. Du guckst dir die Motorea an und ich esse die Pizza. Wie willst du Pizza essen, wenn du die Finger nicht von deiner Hafe losbekommst? Bis dann. Uh, ich wollte dich nach deinem Bruder fragen. Erik? Pfff. Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht an nix. Er ist weg, als ich klein war. Meine Eltern reden nie über ihn. Er hat sie im Stich gelassen. Ich erinnere mich auch kaum an ihn. Aber er war immer nett zu mir. Warum im Stich gelassen? Sie wollten immer nur das Beste für ihn und dann ist er einfach abgehauen. Von selbstsüchtig und zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr. Einmal habe ich meine Mutter danach gefragt und sie hat gesagt, er hätte irgendeine Gehirnwische mitgemacht. Oh Gott, und wäre einer Sekte beigetreten? Ich hasse Sekten. Ich hasse wirklich Sekten. Äh, jup. Genau das. Er ist einfach weg, der Vollfass. Und seitdem existieren wir für ihn nicht mehr. Also, heute Morgen lag eine Einladung zu seiner Hochzeit bei uns im Briefkasten und ich kann es gar nicht fassen. Deshalb frage ich ja. Hä? Wovon redest du? Hast du die Einladung nicht gesehen bekommen? Nein, will ich auch nicht. Mir ist scheißegal. Aber findest du das denn nicht selbst an? Wenn er uns einlädt, dann sind wir ihm doch nicht egal. Er ist abgehauen. Ende der Geschichte. Tut mir leid, Theo. Ich wollte dich nicht verärgern. Aber bitte schau dir die Einladung mal an. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ich weiß nicht mal, ob er uns eine geschickt hat. Vielleicht habt ihr nur eine bekommen. Habt nur ihr eine bekommen. Aber ich schau mal nach. Also, ich habe die Karte gestern gefunden. Bei meinem Vater unter dem Schreibtisch. Ein Stapel für den Schredder. Hast du sie an dich genommen? Natürlich nicht. Mein Vater kam gerade heim. Mit der, wenn ich in seinen Arbeitsplatz befinde, bin ich tot. Hast du sie wenigstens gelesen? Nach einer Kultzeremonie in einer Sekte sah das jedenfalls nicht so aus. Ich weiß. Ja, hast recht. Reden wir am Wochenende darüber. Es ist spät. Ich sollte langsam ins Bett. Um 22 Uhr abends. Jupp, bis morgen. Wir sind in Melren. Und es ist Stau. Und hier fliegt eine Fliege rum. Hey, wie geht das mit dem Passwort für das öffentliche WLAN? Das habe ich mit meinem neuen Telefon noch nicht ausprobiert. Aber es hat sich bestimmt nicht geändert. Die Postleitzahl von Melren. Ganz einfach. Oh, ich will mir mal kurz Notizen machen. Könnte vielleicht interessant sein. Macht Sinn. Danke. Sam, kannst du mich auf? Anrufen. Kann gut haben. Alles okay. Nee, ich habe mit Erik gesprochen. Was? Wie? Letztes Wochenende habe ich doch noch mal nach der Einladung gesucht. Sie war noch da. Seine Telefonnummer stand drauf. Und, ist es so, wie wir dachten? Kannst du mich anrufen? Ich habe auch keinen guten Namen. Und fest, es geht nicht. Meine Eltern sind da. Scheiße, meine auch. Können wir morgen reden? Da treffe ich mich mit Alice. Sie hat eine Flatrate und ich kann ihr Telefon nehmen. Aber ist alles okay bei dir? Ruf mich morgen an, sobald du kannst. Und wer ist nochmal Alice? Kenn ich sie? Ist das die mit der Harfe? Nee, mit der Harfe? Das ist Viktoria. Ich rufe dich heute Nachmittag an. War es das jetzt? Ich bin bei Alice. Ja. Okay, das war Theo. Aber wir haben nicht mehr viele. Ja, Minister, 119 Nachrichten. Okay, das haben wir unsere Freundin oder so. Oh Gott. Alter. Ist gespeichert. Kommst du am Sonntag? Alice hat gesagt, du kommst vielleicht nicht. Warum nicht? Du musst einfach kommen. Du musst. Bist du da? Hallo, warum redest du nicht mit mir? Hi Hugo. Sorry. Ich war gerade beschäftigt. Wie Alice schon richtig gesagt hat. Ich komme wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Du darfst. Das darfst du nicht verpassen. Was darf ich nicht verpassen? Hat Alice dir etwas, etwas nichts erzählt? Mir was nicht erzählt? Haha, Alice ist echt cool. Ich habe ihr nämlich gesagt, sie soll nichts sagen. Aber dann hat sie gesagt, du kommst nicht. Also dachte ich, sie hat es dir bestimmt gesagt. Aber offenbar hat sie das nicht. Oh mein Gott. Was sollen sie mir denn gesagt oder nicht gesagt haben? Tja, wenn du es wissen willst, musst du eben kommen. Dann frage ich eben Alice. Aber im Ernst. Höchstwahrscheinlich kann ich nicht kommen. Sorry. Wir brauchen dich. Ich wollte euch das Spiel zeigen, das ich mit meinem Bruder zusammen entworfen habe. Also es ist noch ein Prototyp. Aber es ist fertig und wir haben so Bock darauf, es zu testen. Und dich hatte ich fest eingeplant. Wir brauchen so viele Leute wie möglich. Und du liebst neue Spiele. Und Alice kommt auch. Bitte. Ich weiß nicht Hugo, tu mir leid. Ein andern mal vielleicht. Ein andern mal vielleicht? Das Spiel ist perfekt. Ein andern mal gibt es nicht. Beim nächsten Mal musst du es kaufen, wenn du es spielen willst. Hahaha, wenn es gut ist, kaufe ich es. Keine Frage. Okay, du darfst mir dein Exemplar vorbeibringen. Dann signiere ich es für dich. Viel Glück am Sonntag. Ich hoffe, dein Spiel kommt super an. Wir werden es lieben. Das ging schneller als gedacht, weil die Nachrichten echt kurz waren. Oh. Rahel. Sam, ich erreiche Melissa nicht. Es ist dringend. Sie ist bei ihrer Oma. Ihr Opa. Alter, hier ist eine Fliege bei mir im Zimmer. Das ist doch unfassbar. Sie ist bei ihrer Oma. Ihr Opa ist gestorben und sie hilft jetzt ihrer Oma beim Umzug. Vermutlich guckt sie deshalb nicht auf ihr Telefon. Ah, danke. Oh, hier. Weißt du zufällig das Passwort für das WLAN in Melren? Ich habe es noch nicht benutzt, seit ich mein neues Telefon habe. Kann sein, dass es sich geändert hat, aber früher war es immer die Postleitzahl von Melren. Kann ich deine Mathe auf Schriebe von letzter Woche ausleihen? Klar kein Ding. Rahel, kann es sein, dass du einzig und allein dann mit mir redest, wenn du irgendwas von mir brauchst? Ich habe meine frühere Nachricht noch nicht mal gelesen und du hast recht. Es ging ein bisschen so. Das tut mir echt leid. Das habe ich nicht so gemeint. Danke, dass du mir nie die Freundschaft gekündigt hast. Im Gegenteil. Du hast mir immer geholfen, wenn ich dich gebraucht habe. Du bist ein super Freund. Es tut mir echt leid. Okay. Aber denk beim nächsten Mal erst nach. Versprochen. Jetzt kommt Melissa. Es sind ja doch noch so viele, ey. Alter. Ich frage mich, wie viele Folgen es vor allem, die es in diesem Format geben wird. Wir werden es sehen. Oh, endlich. Treffen wir uns nachher direkt vor dem Kino? Okay. Das habe ich in meinem Rucksack gefunden. Hast du mir das untergeschoben? Oh. Ja, gestern als du im Kino auf dem Klo warst. Aber warum? Habe ich was Wichtiges verpasst? Jahrestag von unserem ersten Kuss oder sowas? Nee, gar nicht. Ich wollte dir einfach eine Freude machen. Oh, wie lieb von dir. Hast du das gezeichnet? Ja, nach dem Foto, das wir im Urlaub zusammen gemacht haben. Na klar, jetzt erkenne ich es. Das Foto habe ich übrigens verloren, als ich das Telefon gewechselt habe. Schickst du es mir nochmal? Ich habe es mit meiner Kamera aufgenommen. Also ist es auf meinem PC. Ich schicke es dir per Mail. Danke. Obwohl ich jetzt zugeben muss, dass ich deine Zeichnung viel schöner finde. Du kannst echt toll zeichnen. Bist du sicher, dass du nächstes Jahr nicht irgendwas in Richtung Kunst machen willst? Nett von dir. Aber ganz ehrlich, außer Porträts kann ich nicht viel. Außerdem will ich unbedingt Tiermedizin studieren. Wann bekommst du nochmal das Ergebnis von deinem Auswahlverfahren mitgeteilt? Am 23. Dezember. Aber das ist erst die erste Hürde. Danach gibt es noch schriftliche und mündliche Prüfungen. Ich bin so nervös. Genau vor eurem Urlaub. Naja, dann kommst du wenigstens auf andere Gedanken, falls du nicht genommen werden solltest. Mein Mund wird so trocken, wenn ich so viel lese. Ich sehe, du glaubst an mich. Entschuldigung, ich weiß, du wirst es schaffen. Ich glaube an dich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Rael hat seit heute Morgen fünfmal versucht, mich anzurufen. Ich mag heute nicht. Hast du eine Ahnung, was sie will? Weiß nicht, aber sie hat mir gerade auch eine Nachricht geschrieben, wie sie dich erreichen kann. Ich sage ihr, dass es heute nicht so gut geht. Danke. Ich gehe wieder zurück. Kisten packen. Sag mir dann, was sie wollte. Bloß, das ist wieder ein Passwort von Melren. Lol. Wie lief der Umzug? Bist du erledigt? Fix und alle. Meine Oma hat so unglaublich viel Zeug. Kein Wunder, sie ist alt. Sie hatte jede Menge Zeit, alles zu horten. Hey, mobb nicht meine Oma. Und wie war dein Tag? Ziemlich gut. Was hast du gemacht? Ich war beim Brettspieltreff. Mit wem? Thomas Anne Martin. Nicht mit Alice. Doch. Warum lügst du mich dann an? Ich habe nicht gelogen. Warum hast du mir nicht von Anfang an gesagt, dass Alice da war? Versteckst du was von mir? Genau deshalb, weil du jedes Mal eifersüchtig reagierst, wenn ich Alice auch nur erwähne. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass sie nur eine Freundin ist. Meine beste Freundin. Und ich habe nicht vor, mich nicht mehr mit ihr zu treffen. Du musst endlich aufhören, mich da unter Druck zu setzen. Sorry, ich bin echt blöd. Ich bin nur verunsichert. Und dann will ich, dass du mir versichert, dass ihr nur Freunde seid. Außer dir und Alice kenne ich keine solchen männlichen und weiblichen Freundschaften. Du bist die einzige für mich. Hm. Ich wäre bestimmt weniger einversichtlich, wenn du sie mir einfach mal vorstellen würdest. Keine Sorge, das machen wir irgendwann mal. Aber warum nicht jetzt? Weil es 22 Uhr ist. Aha, okay. Na gut, ich haue mich ins Bett. Gute Nacht, mein Schnuckel. Gute Nacht, meine Süße. Nur noch zehnmal schlafen. Du bist ja noch aufgeregter als ich. Aber du weißt schon, dass es nur ein Film ist, oder? Ja, der heißt Ersehnste Film in der Geschichte der Galaxie. Und wenn er floppt? Quatsch, der wird genial. Du, kommt dein Cousin Theo eigentlich zu der Geburtstagsfeier von deinem Vater? Nee, wieso? Okay, gut. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl, wenn er da ist. Er guckt mich immer so an. Als würde er mich gleich ausziehen. Ja, ich weiß. Er ist ein bisschen komisch. Aber keine Sorge, er kommt nicht. Morgen ist der große Tag. Morgen ist der große Tag. Treffen wir uns vor dem Kino? Okay, ich komme im Cosplay-Kostüm. No, das wird echt peinlich. Mir egal. Mist, ich habe mein Mathebuch in meinem Schließfach vergessen. Bist du noch in der Schule? Könntest du so noch mir heute Abend mitbringen? Klar, kein Problem. Hast du die Kombination für dein Schließfach geändert? Ist es jetzt der Geburtstag von Alice? Was? Nein, immer noch dein Geburtstag. Wichtige Info. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen hier, Mary's Room, erinnert ihr euch noch dran? Ähm, Liesfach. Liesfach. Wir wissen zwar nicht wann, aber trotzdem Geburtstag. Ähm. Aber erst der Monat, dann der Tag. Erst Monat, dann Tag. Ah, jetzt geht's. Danke bis heute Abend. Danke, dass du heute Abend da warst und der Geburtstagskuchen für meinen Vater war der Renner. Hihi, nicht zu danken. Das habe ich gern gemacht. Dein Vater hat sich dreimal Nachschub genommen. Du hast doch auch ein Foto von meinem Vater gemacht, wie er die Kerzen ausbüßt, oder? Kannst du mir das schicken? Meins ist scheußig geworden. Ich habe es gelöscht. Aber deine Kamera macht hoffentlich bessere Bilder als mein Telefon. Ist für meine Großmutter. Ich übertrage die Fotos morgen von meiner SD-Karte. Dann schicke ich es dir. Schade, dass sie nicht kommen konnte. Ja, mir tut es auch voll leid, dass sie nicht mehr aus dem Haus kann. Wo wir gerade davon reden. Äh, gerade davon haben. Wo wir es gerade davon haben. Wollte sie nicht auch die Fotos, die ich bei deinem Konzert von dir gemacht habe? Ah, jetzt, wo du das sagst. Seit sechs Monaten fragt sie immer danach. Ich bin ein schlechter Enkel. Dann schicke ich dir die morgen auch. Danke. Ich habe heute mit Helena gesprochen und sie hat mir gesagt, was mit Sebastian passiert ist. Ich erzähle es dir, weil ich weiß, dass ihr eh schon darüber gesprochen habt. Echt übel, die ganze Sache. Warum hast du gestern nichts gesagt? Ja, echt mies. Ja, echt mies, das. Ich wollte nichts sagen, bevor Helena selbst mit dir spricht, weil ich finde, dass das was mit ihrem Privatleben zu tun hat. Aber glaub mir, ich muss mir ganz schön auf die Zunge beißen. Die Geschichte macht mich richtig wütend. Verstehe, ich finde es ziemlich gut, dass du die Geheimnisse anderer Leute für dich behalten kannst. Helena meinte außerdem, du hättest sie dazu überredet, sich mir anzuvertrauen. Das hast du gut gemacht. Ich glaube, ich habe wirklich die richtigen Worte für sie gefunden. Ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass du die perfekte Zuhörerin wärst. Sag mal, um sie zu überzeugen. Hast du hier nicht zufällig, du weißt schon, was erzählt? Nein, denn wie du eben richtig erkannt hast, kann ich anderer Leute Geheimnisse für mich behalten. Danke, nicht zu danken. Die Ergebnisse vom Auswahlverfahren sind da. Ich traue mich nicht, den Brief aufzumachen. Trau dich. Warten ändert das Ergebnis auch nicht mehr. Du hast recht. Okay, ich mache ihn auf. Und? Ich bin nicht dabei. Oh nein, soll ich rüberkommen? Nein, ich will einfach nur heulen und mich unter meiner Bettdecke verkriechen. Lasse dich jetzt nicht allein. Ich dusche noch kurz und dann komme ich. Im Ernst? Komm lieber nicht. Ich habe nicht mal Zeit, mich unter der Decke zu vergraben. Vor lauter Stress wegen dem Ergebnis und dem Gespräch mit Helena hatte ich noch gar keine Zeit zu packen. Und das muss jetzt wirklich passieren. Okay, aber wenn du reden willst, ruf an, ja? Ich rufe dich an, bevor ich ins Bett gehe. Bis nachher. Ich bin am Flughafen und denke an dich. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage. Frohe Weihnachten, mein Schokoschnucki. Frohe Weihnachten, meine Schöne. Wenn es doch nur schon morgen wäre. Du fehlst mir eine Woche Urlaub. Ohne dich war ganz schön lang. Und ich wette, du hast dich in der Zwischenzeit mit Alice vergnügt. Nein, wir haben uns kein einziges Mal getroffen. Ich habe die ganze Woche nur an dich gedacht. Ich freue mich auf morgen. Ich habe eine große, kleine Überraschung für heute Abend. Ich finde, wir sollten das neue Jahr so richtig feiern. Bist du kein bisschen neugierig? Hier ist ein kleiner Hinweis. Oh. Schick, schick. Es tut mir leid, aber ich komme nicht. Ich weiß, dass du... Oh, oh. Warte mal. Ich weiß, dass du von heute Abend viel hofft hast. Aber es ist Zeit, sich etwas einzugestehen. Wir sind gerade in völlig unterschiedlichen Lebensabschnitten. Und wir haben nicht mehr die gleichen Erwartungen aneinander. Wir sind nicht mehr die Teenager, die wir mal waren. Ich weiß, es ist furchtbar, dir das auf diese Art zu sagen. Aber ich bin zu feige, die dabei ins Gesicht zu gesehen. Ja, dann bist du aber echt feige. Weil sowas macht man nicht. Ich wünsche dir trotz allem einen schönen Abend. Und ich hoffe, du findest mal 2016 etwas, das dich glücklich macht. Äh, soll das sein? Es wird sein, du machst Schluss mit mir? Was? Alles, wie du doch so gut bist jetzt. Es wäre in der Ferien was passiert. Du kannst mich nicht verlassen. Wir lieben uns. Es ist nichts passiert. Ich habe nur gemerkt, dass ich nicht mehr das Gleiche fühle wie vorher. Liegt es doch an dieser Alice? Aber du kannst doch unsere ganze Beziehung nicht einfach so an den Nagel hängen. Komm zu mir. Ich möchte, dass wir darüber reden. Nein, meine Entscheidung steht fest. Und ich möchte den Abend allein verbringen. Tut mir leid. Du kannst nicht mal. Es ist wahrscheinlich total bescheuert, das jetzt zu sagen. Aber es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Du bist ein genialer Mensch. Und du verdienst etwas Besseres als einen Idioten wie mich. Es tut mir so leid, dass ich dir so sehr wehgetan habe. Sage mir, was ich machen kann, damit es dir besser geht. Egal was. Du weißt, ich würde Berge für dich versetzen. Ich will dich. Du warst und bist der einzige Mensch, den ich in meinem ganzen Leben je wollte. Aber alles. Aber nicht das. Wenn ich irgendwas anderes tun kann, damit du mir vergibst oder damit es dir besser geht. Sag es mir. Ich will nie wieder von dir hören. Bitte schreib mir nicht mehr. Sprich mich in der Schule nicht mehr an. Bleib einfach weg. Du bist Gift, Sam. Du bist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ist natürlich klar, dass sie so reagiert. Und dann. Oh, das hier wird gleich richtig spannend. Wir lesen jetzt nochmal kurz. Imad. Nachträglich frohes Neues. Sag mal, weißt du, ob wir nächste Woche ins Museum gehen? Ich habe meinen Kalender verloren. Übernächste Woche. Das wird super. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wird bestimmt cool. Letztes Mal war es der Hammer. Ich fand es gut, was sie über die Uni erzählt haben. Ich glaube, Bio könnte echt eine Option für mich sein. Das wäre perfekt für dich. Ich weiß, ich finde Bio einfach super interessant. Ich habe immer gute Noten und muss nicht mehr dafür lernen. Willst du dann in Melren studieren? Weiß dann nicht. Auf jeden Fall will ich mindestens ein Auslandssemester machen. Die Welt liegt dir zu Füßen. Die Welt soll bloß mal aufpassen. Okay, sehr interessant. Ich frage mich, wie es weitergeht. Wird sehr interessant. Auch bin ich gespannt, was passiert wird, wenn wir zum Schluss hier draufklicken. Freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Denn als nächstes kommt Alice. Und der Chat mit Alice ist auch nochmal sehr interessant und bestimmt auch nochmal aufschlussreich. Was auch noch so passiert ist. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Also schaltet morgen 14 Uhr unbedingt wieder rein. Und dann schauen wir, was hier weiter passiert bei Normal Lost Phone. Und mir bleibt bisher nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.